Hi, ich bin Michael Schiffmann und gemeinsam mit kreativen Freunden habe ich Never Lose Your Wings gegründet. Never Lose Your Wings steht für Mode, die Geschichten erzählt. Wir verbinden Klamotten mit Abenteuern und Erlebnissen. Wir möchten weggehen von der Wegwerfkultur und stattdessen einzigartige Lieblingsstücke schaffen. Der besondere Clou ist, jeder kann ein Teil unserer Erlebnisse sein. Wir sind weltweit die erste Marke, die euch Mode vom Rande des Weltalls bringt. Unser erstes Projekt ist Launch, das ist dieser Hoodie. Unter Fairtrade-Bedingungen und aus 100% Bio-Baumwolle hergestellt. Wir haben 1000 Aufnäher in die Stratosphäre geschickt. Wir nennen sie einfach Stratotex, um diese an jedem Kleidungsstück anzubringen. Er schwiegelt unser Freiheitsgefühl wieder und dass man Dinge einfach machen sollte. Wenn du dich darin wiedererkennst, dann werde doch einfach ein Teil davon. Das ist ein Teil davon. Vielen Dank.